Unter einer Körperschemastörung versteht man eine verzerrte Wahrnehmung des eigenen Körperbildes, wie es zum Beispiel im Rahmen von Essstörungen häufig vorkommt. Hierbei erleben sich die meist betroffenen Frauen und Mädchen als zu dick, obwohl sie objektiven Kriterien nach bereits zu dünn sind. Soziale Netzwerke stehen oft in der Kritik, solche Schönheitsideale zu befeuern, weil sie ungesunde Körperbilder vorgeben. Untertitelung des ZDF, 2020